ja moin willkommen zur nächsten runde von mw2 react ist man auf der map rundown ey jetzt hat er doch gewartet bis ein anderer kam er hat er sich in beide weggeholt er hat eben ein paar double kill gemacht habe ich nicht gesehen er klitschen mag nur auf frange ist schlecht weil auch hier nice wieder geholt nicht beide geholt ich habe einen geholt für schon beide weil einer schon gestorben ist ey wir sind mäßtet mich selber grad geht low wir sind gerade sieben spieler passen das netz war dazu gekommen denke ich mache jetzt ich glaube auch wenn du bist auch rundown ist alle auch nicht werden eine sehr sehr beliebte mess gegen leften viele ist die wunderschöne gemessert habe ich glück nein natürlich nicht alle sind noch mit den pistolen sei als kuro wo mag er nicht zwei dattig ja legt einen da rechts einfach nachschlagen Oh Gott. Von wo? Von da oben wahrscheinlich. Äh, von wo oben? Weck, gesteilt. Okay, der Will kommt mit der MP5, holy shit. Only medium range, ey. Waffe ist schlecht. Das war grad, Digga. Das war das grad. Ich dachte, das wäre ein Feind. Der MP5, Rückstoß ist unkontrollierbar. Ich hab ein Hülchen getötet. Ich bin jetzt ganz böse. Wo? Wo werde ich alles angeschossen? Wie der mich noch geholt hat. Ich dachte, ich hab ihn geholt, mit der Kamera. Jetzt hab ich wieder diese scheiß Waffe. Wieso hat er schon zwölf Kills? Weil er nie gemessert wird. Ich wurde einfach schon dreimal gemessert, glaube ich. Weil ich komm mit dieser scheiß Waffe nicht mehr weiter. Komm, nice. Wie der, wie der messern wollte sogar schon. Hä, wo oben? Nee, nicht hier oben. Ich geh jetzt zurück. Ich hab Angst. Von wo? Der war ja eingeschossen. Doch von oben. Jetzt ist ja keiner mehr. Jetzt geh ich nach oben. Ja, Winchester ist mein Gebiet hier. Ah, der ist da unten rum, ey. Der ist da oben. Oder andersrum. Keine Ahnung. Ich hab zwar gehört, aber... ...nicht ganz genau wo genau. Jetzt verschlägt das Game. Oh, 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 oh. Ah, der Sniper, hat der Kuro war das? Er hat sogar auf mich gewartet einfach. wo unten oben links wo ist ja wo ist er einfach auf dem boden die schüsse waren offen kommen kommt vom haus der rückstoß einfach eine waffe gewinnt jetzt der koko klemmt der ganze zeit rum der ist ein richtiger load ist er und ich bin auch richtig low also rückstoß kann ich nicht kontrollieren ich konnte früher mit mg richtig gut spielen das ist los mit 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 mein name so sehr an csgo gerade so die habe ich nicht Nicht geertrottet. Ich halte mich bei der Barrette. Oh Mann. Volltreffer mit... Es war ein Volltreffer mit der Barrette. LOL. So. Ey, ich will noch gewinnen. Ich kann es noch gewinnen. Ich kann es noch gewinnen. Ich kann es noch gewinnen. Oh. Come on. Nice. Wir haben sogar direkt Impact wahrscheinlich. Jeder hat einen Hit-Hit-Marker bekommen. Jeder hat einen Hit-Marker bekommen. Komm, ich messe ihn. Nein, natürlich nicht. Oben. Danke. War schon. Ich treffen kann nicht mehr. Ich habe mich gekillt dabei. Ich kann natürlich rechterst du auch gerade zwei Kills machen. Oh, nice. Ich war richtig gut geflogen. Jetzt bin ich beim Wurfmesser. Und? Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Habe ich gewonnen? Ich habe gewonnen. Okay, gut. Wollen wir gerade sagen. What the fuck? Ey. Ist auch egal. Ich habe richtig knapp gewonnen, habe ich. Kuro hatte weniger Kills als ich gehabt. Er hat safe gespielt. Deswegen. Er hat safe gespielt. Okay. Es war auch eine gute Runde. Call of Duty. Monowarfer 2. React-Gun-Game. Oh, ich hatte B90 reingeschaltet. Und ganz viele andere Waffen wahrscheinlich auch noch. Okay. Ich bin der Plicksatz. Ich verziehe mich wieder. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ich verziehe mich wieder. Und. Haut da rein.